Hallo und herzlich willkommen zu den ersten Eindrücken aus der neuen Housing Zone in Horse Riding Tales. Und ohne lange rumzureden, schauen wir einfach mal direkt rein, was dieses neue Feature zu bieten hat, wie das Ganze dann demnächst aussehen wird, denn es wird ja schon im März direkt kommen, das heißt nur noch wenige Tage und wir haben dieses neue Feature im Spiel. Ich bin so gespannt! 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 Ich bin so gespannt!